Oh, Waldi, was machst du denn hier? Was ist das denn hier alles? Wie bitte? Was hast du gesagt? Du musst die Rakete reparieren, die Zündung geht nicht? Oh, ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Okay, dann reparier du weiter und ich zeichne. So, hallo. Geht auch sofort wieder weiter. Wir können nun mal dieses Schablone hier uns nehmen und einfach mal hier so absteppen. Und zwar nach unserem Muster, so wie wir das hier haben. Und zwar brauchen wir hier diese Vierecke hier drin. Und wir erinnern uns, dass wir von den 5 x 5 cm 0,51, 0,51, 0,5 und so weiter. Und das machen wir dann hier auch. Ich habe hier schon mal die Kreise, die wir im letzten Video, die Verbindungskreise hier schon eingezeichnet. Und ich habe das auch schon abgesteppt hier. Die kleinen Punkte. Nun brauchen wir die einfach nur noch verbinden. Entweder mit dem Lineal. So. Wir können auch hier wieder einordnen und rüberziehen. Oder die Punkte machen. Das bleibt uns gleich. Ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll. Dieses Lineal hier oder dieses. Vielleicht blendet es. Vielleicht blendet es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe da immer so Schwierigkeiten mit. So. Okay. Machen wir uns ein bisschen Musik an und dann geht es los. Musik 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 Amen. 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 So, ich habe mir von hier nach hier nochmal den Mittelpunkt eingezeichnet, den wir ja nicht eingezeichnet hatten. Die Längslinien sind gezogen. Immer darauf achten, dass ihr hier die äußeren, nein, stopp, hier diese äußeren, den, 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 oben habt. Der ist hier falsch, der braucht immer nicht hin. Ist egal, kommen wir zurecht. So, und nun geht es an die Kreise. Zunächst einmal machen wir uns mal hier ganz leicht so ein, in der Diagonalen, das. Und nun zeichnen wir von hier nach da so zweieinhalb Zentimeter. Und hier auch ein Millimeter, zweieinhalb Millimeter. Machen wir mehr, was habe ich immer. So, dass das hier zusammen ungefähr fünf Millimeter sind. Jetzt kommt was ganz schönes dazu. Wir bleiben so in dieser Stellung. Nehmen unseren Zirkel und öffnen ihn vom Mittelpunkt. Dort, wo ist man vielleicht, wo ist man vielleicht, von diesem Mittelpunkt. Steppen wir ihn schon mal rein hier. Und auf diesen äußeren Punkt, auf den. Und ziehen ganz locker einmal rum. Vorher ist es ratsam, das hier noch weg zu radieren. Aber machen wir jetzt nicht, könnt ihr machen. So, machen wir jetzt nicht. Dann kommt so ein Kreis hier rein. Und der nächste gleich. Da unten. Seht ihr? Einfach hier stecken lassen und dann da. So. Auch rum. Okay. Das ist schon mal gut. Nun gehen wir wieder in unsere Ausgangsposition. Und holen uns diesen Wicht. Wir wissen, dass der hier so rein muss. Aber ein bisschen runter her. Dann sitzen wir da oben nicht so. Und dann geht es weiter. Nehmen wir uns und zwar diesen Bogen zur Brust. So. Und jetzt gehen wir mal hoch. Zack. Und dann sehen wir, dass der von da nach da da rein geht. Stopp. Von hier. Von 1 cm. Muss ich machen. So. 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 habe ich mich hier vertan. Ihr dürft euch nicht vertun. Er muss hier genau in der Mitte sein. Von dem zu dem. Und das ist hier. Habe ich mich schon mal vertan. Ich weiß gar nicht warum. Werde ich älter oder was ist los? So. Von da nach da. So. Los jetzt. So. Einspielen. Gut. Jetzt müsste das auch hier oben passen. Von da. Nach da. Jetzt müsste er sitzen. Da sitzt er jetzt. Jetzt prüfe ich ihn, ob er hier auch gut ist. Von da nach da. Und rüber. Gut. Nur. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass der hier, wups, da oben hinkommt. Die mittleren kommen da oben hin. So. Und jetzt rum. Und weil es gleich ganz so schön war, den hier auch gleich. Seht ihr das? Oben. Ganz oben. Ganz oben hier. Da. Ja. Den auch gleich. Und die unteren. Wo kommt die hin? Wer weiß das noch? Die kommen von dort. Nach dort. Dort. Umdrehen. Ob er passt. Ja. Passt ungefähr ein bisschen nach rechts. Müsste so mittig sein. Und auch rum. Zack. Hier auch. Ja. Testen, ob es geht. Ja. Bisschen nach links. Ja. Passt schon. So. So. Nach links. Ja. Ich hatte gedacht, ich habe den kleinen gemacht. Nein, habe ich ja nicht gemacht. So. Auch rum. Zuck. 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 Dann stellen wir uns den kleinen ein. Aha. Jetzt habe ich den Trick wieder raus. Man wird ja vergesslich. Da in der Mitte. Also. Nochmal. Da in der Mitte. Ein. Und jetzt drehen. Bis er da ist. Da. Und jetzt hoch. Zeichnen wir uns von diesem Loch. Hier den Mittelpunkt. Wenn einmal ein kleiner Piekse drin ist, ist das ja gar nicht mehr so schlimm. Zuck. 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 Da das alles ein bisschen aufwendig ist, sehen wir uns wieder, wenn alle gezeichnet sind und der Kreis auch drin ist. So. Das haben wir auch geschafft. Nun fangen wir an. Ganz langsam. hier einmal unsere überflüssigen Striche komplett weg zu radieren, dass wir dann mit dem Heading beginnen können. so. Arbeiten. Drüber. Und runter. Immer schön, dass wir das auch dann alles sehen. Und dann habt ihr jetzt schon mal wieder eine ganze Menge Arbeit vor euch. Und wenn wir fertig sind, sehen wir uns dann wieder. Gut. Ich muss das auch machen. Das nimmt eine ganze Zeit lang in Anspruch. Alles wegradieren, wie gesagt. Und dann bitte schön. Ähm. Ich fange sofort damit an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So. Das haben wir auch wieder geschafft. Wie ihr seht, habe ich schon mit dem Heading angefangen. Dann brauche ich nicht immer mit diesem komischen schwarz-weißen Stift zum Abgleich für die Kamera arbeiten. Ich hoffe ihr seht das recht gut. Dann gehen wir mal munter weiter dran lang. Ähm. Das habe ich wirklich miedo. Tschüss. Vielleicht können wir uns das ATP hören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr seht, wie lange man braucht. Wir sehen uns wieder, wenn ich es fertig gezeichnet habe. So, das ist das Ergebnis. Ich habe hier noch, wie ihr seht, den Ring mal etwas anders gezeichnet. Ich habe es schattiert. Ihr müsst noch alles wegradieren. Dann kommt ihr das auch schattieren. Und hier noch einen kleinen Reifen reingemalt, dass der Innenraum hier nicht ganz so traurig und öd und leer aussieht. So, wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Mir macht es immer wieder Spaß. Ich möchte euch mal bitten, schreibt mir mal ein paar Kommentare, dass ich so ungefähr eure Meinung weiß. Ich habe das auch schon im Abspand mal aufgeschrieben. Und ich möchte mich von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und sage einfach und schlicht und einfach Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.